...drausen! Moment! 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 Erste! Moment! Kamera, du! Moment! Kamera! Moment, Erste! Ešte jednu minučku? Ano! Ano! Cez vodu alebo vonku? Dobre! Im Wasser nochmal papurus! Gdzie je potok? Na potok? Nie! Dobre! Ty stopujesz anu! Dobre! Jetzt richtig festhalten! Jetzt richtig festhalten! Jetzt wird er richtig! Nee, der soll nicht richtig fahren! Ey, der kommt jetzt klasse! Der soll nicht richtig fahren! Ist der bescheuert, oder? Ich mach mir keinen Platz! Der fahr ich nicht! Hab ich ja klasse! Wir müssen noch morgen Panzer fahren, wie wir die Uhr sitzen! Und jetzt spinnen! Oh, morgen! Das ist ziemlichri je. Na, morgen! Das ist schade! Das ist schade! Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das ist ein bisschen weg. Und wir müssen hier aufpassen. Das ist ein bisschen weg. Wir müssen hier aufpassen. Das ist ein bisschen weg. Und unten sind Kühe. Ja. Ich glaube, der ist nicht weg. Der hat schreckliches vor. Der ist natürlich steil jetzt weg. Aber scheiße. Der macht mich nicht gut aus. Wie kann denn so ein Panzer ab? Viel. 80,50. Ja, ist hier. Und wir können dauer. Und weißt du, was der Panzer für einen Schaden nimmt, wenn er umkippt? Ja, aber meinst du, wir für einen Schaden? Der Panzer nimmt gar keinen. Der Panzer kommt drin. Der Scheiße bleibt noch nie. Wir fangen jetzt zu den Kühen. Über die Kühen müssen wir was machen. Weißt der auch von den Pferden? Ja, der heißt auch. Wie sieht überhaupt nicht nach Straße aus? Ich seh da vorne nur eins. Ein Baum und dann unten nur noch Tal. Seht ihr das? Macht der aber nicht so. Ja, aber der Fluss ist so circa 50 Meter tiefer. Ja, der ist so circa 50 Meter. Oh oh. Oh oh. Okay. Okay, 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 okay. Oh oh. Ich meine, das ist jetzt nicht erstrecklich geschaltet. Ich glaub, der Kaffner ist verstopft. Ja. Oh oh. Ja, ja. 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 Wie. Wie. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ihr könnt ja im Moppet mal einen Bericht über diese kleine Toure hier bringen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.